Ja hallo liebe Kleinbaustein-Fans, liebe Freunde der gepflegten Space-Monster-Jagd. Hier ist Ben Briggs und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu einem Doppel-Review. Ganz genau, heute gibt es zwei Sets vor die Linse gezerrt und zwar aus einem Franchise, was ich ja aufs Übelste feiere und was ganz, ganz glücklicherweise 2022, also sprich in diesem Jahr, einen neuen Ableger, einen neuen Film bekommen hat, der in meinen Augen wieder so richtig back to the roots ist, so richtig gut Prey heißt er. Natürlich geht es um die Predator. Und Predator ist ja nichts anderes als der Begriff für überlegener Jäger, für Raubtier. Und ja, aber wir sind natürlich nicht in der irdischen Fauna unterwegs, sondern wir sind in der intergalaktischen Fauna unterwegs, ganz genau. Und zwar bei einer Spezies, die sich genauso nennt, beziehungsweise die so genannt wird, wie sie an sich heißen. Also man sagt ja auch Yautja, so heißen sie wohl in ihrer Sprache. Und wir kennen sie natürlich unter dem Namen Predator. Und ja, ich könnte jetzt ausschweifen, ich könnte jetzt mich darüber auslassen, wie geil die Filme sind, wie sie mir gefallen. Das ist natürlich immer eine ganz eigene Geschichte, aber ich glaube, bevor ich jetzt hier zu lange rede, ihr wollt natürlich das Set sehen. Und deswegen ab hinein in das Review, das Doppel-Review. Und zwar einmal vom Sluban Predator, dem Großen, und einem ganz speziellen Fund von mir, dem Sluban Kubricks Predator. Viel Spaß dabei! Ja, da stehen sie vor euch, die beiden Predators. Und ja, fangen wir mit dem Kleinen an. Das ist der Predator von Sluban aus der Kubricks-Reihe. Also quasi so eine Art Brickhead-Verschnitt. Die Nummer M38-B0761D. Das Jahr konnte ich leider nicht herausfinden, aber so alt ist er, glaube ich, noch nicht. Zwei, drei Jahre am Markt. 200 Teile insgesamt und dafür müsst ihr circa 10 Euro hinlegen. Also ungefähr Brickheads-Dimensionen. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Je nachdem, wo ihr da bestellt. Ja, und dann haben wir natürlich hier, liebe Grüße gehen raus, an Bloxy, der mir dieses Set geschenkt hat. Und der große Sluban Predator aus auch der namensgebenden Predator-Reihe. Davon habe ich euch ja zum Beispiel auch schon mal das Set mit dem Hubschrauber vorgestellt. Das hier ist die Nummer M38-B07-A. Auch hier ist das Jahr wieder nicht so einfach oder beziehungsweise konnte ich es nicht herausfinden. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir wie gehabt in die Kommentare. 556 Teile und das Ganze kriegt ihr ungefähr für 30 Euro. Ja, so Freunde, ihr wisst natürlich, ich bin ganz, ganz großer Alien-Fan. Und ihr wisst auch vielleicht hier und da schon mal gesehen, ich bin auch großer Predator-Fan. Ich habe den neuen Film durchaus gefeiert. Den Prey, der auf Disney Plus mittlerweile zu sehen ist, ist jetzt keine Werbung, ist auch keine Link. Ihr wisst ja, alles selbst bezahlt. Nein, nicht wirklich, aber egal. Ja, und dementsprechend waren für mich diese Figuren natürlich irgendwie, ich will nicht sagen, ein Muss, aber ich habe mich darauf gefreut, sie endlich mal in den Händen zu halten und auch zu bauen. Auf den bin ich durch Zufall gestoßen, auf den kleinen Dude hier. Der große Dude, den hatte ich schon länger auf dem Schirm und da hat mir ja, wie gesagt, der liebe Blockster diesen zur Verfügung gestellt beziehungsweise geschenkt. Es ist nicht mehr seins, es ist jetzt tatsächlich mein eigener Predator. Ja, und ja, wir gehen es einfach mal durch, würde ich sagen. Wir gehen es einfach mal durch. Wir fangen mal mit dem kleinen Dude an. Wir stellen den großen Dude mal beiseite und schauen uns mal den kleinen Dude aus der Nähe an. Und ihr seht, der ist süß. Also der ist durchaus putzig gemacht. Die Maske ist natürlich bei weitem nicht so perfekt geworden, aber wir wissen ja, bei BrickHeads ist es immer ein bisschen blockartiger und dementsprechend finde ich die Maske gar nicht so verkehrt. So verkehrt. Ist eigentlich ganz gut geworden. Wir haben hier die Netzklamotten, die man sieht. Wir haben hier die Wurfdiskusse. Ja, wie auch immer. Wir haben hier diese angedeutete Klinge. Die Klingen, die aus seiner Hand kommen. Dazu da nachher an der Stelle auch nochmal mehr. Und ja, hier die Füße mit den Krallen. So leicht angedeutet mit den Brick Modified, mit der C-Klemm oben auf. Wir haben den ominösen Speer. Die Ärmchen sind irgendwie schon ein bisschen weird. Das ist so ein bisschen Droiden-Style. Und hier haben wir halt die Rückansicht mit dem Lenden-Shorts hier unten. Der ist hier hinten und auch hier vorne. Das ist ja nur ein Lenden-Shorts. Hier noch ein bisschen Rüstung. Und natürlich zum einen die ganz, ganz prägenden Dreadlocks, die hier eigentlich wirklich sehr schön gemacht wurden. Hier mit diesen Bars, wo man halt die C-Klemmen so reinklemmen kann. Diese C-Klemmen ist ein bisschen anders als die von Lego. Aber prinzipiell genau das gleiche. Und hier unten hat man dann halt so Dornen dran. Werdet ihr auch gleich beim Großen sehen, haben sie da ähnlich gemacht. Und natürlich, was ich sehr cool finde, ist natürlich die Laserkanone hier oben. Die Schulterkanone, das ist natürlich schon sehr, sehr cool gemacht. Wirklich putzig. Und ich finde, auf die Größe runtergeschrumpft. Haben sie den wirklich ganz gut getroffen. Ist ein propores kleines Kerlchen. Nett gemacht, aber jetzt natürlich auch nichts weltbewegendes. Aber ich fand es putzig und macht sich gut in meiner Sammlung. Ja, und dann kommen wir hier zum großen Dude, dem großen Predator. Und ich muss sagen, von der Statur her gefällt er mir gut. Also von der Statur her gefällt er mir gut. Und auch die Details sind größtenteils wirklich gut getroffen. Also wie gesagt, auch wie beim Kleinen eben gesehen. Das stelle ich mal kurz vor der Seite, damit er nicht so ganz im Blickfeld ist. Also das Netzkostüm, würde ich jetzt mal sagen. Also die Netzklamotten zusätzlich. Die Rüstung im Brustbereich und an der Schulter. Das haben sie wirklich ganz gut gemacht. Hier haben wir auch die, ich zeige es euch natürlich mal aus der Nähe, die natürlich nicht bedruckten. Also bitte erwartet hier keine Drucke. Das ist klar, Sluban, da wird es keine Drucke geben. Da sind schon sehr, sehr viele Sticker dabei. Aber halt, die Wurfdisk-Scheiben oder die Wurfdiskus, ich weiß einfach nicht. Die Wurfscheiben. So, ich nenne sie jetzt einfach mal Wurfscheiben. Wenn ihr die mal wirklich in Action sehen wollt, schaut euch Predator 2 an. Da geht es ordentlich zur Sache, was dieses Instrument, ein Mordinstrument angeht. Ein richtig cooler Stab. Der Speer in der ausgezogenen Variante natürlich. Und ja, schauen wir mal kurz die Maske an. Die ist wirklich cool. Das ist natürlich ein Teil, das ist ein Formteil. Aber das finde ich, muss auch so sein, weil das ist ja auch beim Predator selbst ein Formteil. Wir haben hier oben die Schulterkanone. Die kann leider nur so bewegt werden. Beziehungsweise sie kann nach rechts oder links bewegt werden. Aber das ist irgendwie, das geht nicht so perfekt. Aber es geht. Es geht schon irgendwie. Und ja, dann haben wir hier hinten, jetzt ist der Stab komplett aus der Hand gefallen. Da komme ich auch gleich noch zu. Hier hinten haben wir noch die Dreadlocks. Das ist auch sehr, sehr cool gemacht. Und hier, alle Sticker, alle Sticker. Aber es ist auf jeden Fall mit sehr vielen Details natürlich dadurch versehen. Auch hinten haben wir diesen Netzanzug, den er drüber trägt. Und die Beine sind wirklich. Der hat schon ordentliche Waden, muss man sagen. Also das ist ein stabiles Kerlchen. Aber stabil. Es ist natürlich, es ist eine Figur, es ist ein Display-Set. Das wissen wir alle, es ist kein Spiel-Set. Ich würde es zumindest nicht zum Spielen rausgeben. Kann man machen, dann wird es vielleicht nicht so optimal. Aber prinzipiell würde ich es eher als Display-Set titulieren. So, wenn man ihn einmal hingestellt hat, ist das cool. Aber, ihr seht schon, aber vielleicht ist das auch nur hier das Problem mit den besonderen Teilen. Die Arme, diese Gelenke sind sehr, sehr flutschig. Sehr, sehr flutschig. Und dementsprechend dreht sich auch der Stab oder der Speer, besser gesagt, jedes Mal um. Und jetzt, irgendwann ist er sogar rausgefallen. Ich werde ihn nachher wieder dran machen. Das ist sehr schade. Das ist wirklich sehr, sehr schade. An sich ist das nämlich ansonsten, steht sonst stabil. Aber das ärgert mich so ein bisschen. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt das Ding so stehen habe, müsste ich theoretisch. Und hier ist diese, ist das Gelenk eigentlich wieder sehr stabil. Müsste ich das halt so drehen. Ja. Und dann, Freunde, kommen wir in meinen Augen zum größten Manko. Und das findet ihr hier. Ich weiß, es gibt auch Prädatoren. Aus dieser Yautja-Rasse, woher die, ne, das ist ja die große Rasse, da gibt es ja verschiedene Predators. Gerade im letzten Film haben wir ja den Feral Predator kennengelernt. Es gab auch den Wolf Predator in Predators. Es gab verschiedene. Es gibt ja auch die alten, also die älteren Predators, die man am Ende von Predator 2 sehen kann. Ganz viele, ganz viele. Wobei, ne, Wolf war, glaube ich, bei Alien vs. Predator. Aber ich bin nicht ganz sicher. Da bin ich auch nicht 100% in der Materie drin. Aber das hier. Also, ganz ehrlich, ein Predator hat eine Doppelarmklinge und die kann eingefahren werden. Gut, dass die nicht eingefahren hier werden kann, geschenkt, ist okay. Aber das ist irgendwie so ein bisschen meh, oder? Also, es ist nur eine Klinge, die dann da rausragt. Und da das Ding sich aber an dem Original-Predator orientiert, den wir, ne, so von 1900 schlag mich tot, Paar und 80, ähm, ist das natürlich nicht so schön, finde ich. Also, da muss schon eine Doppelklinge her, oder? Was meint ihr? Also, ich persönlich bin da wirklich ein bisschen enttäuscht an der Stelle. Aber ansonsten, wie gesagt, ansonsten gefällt mir der eigentlich ganz gut. Ja, gut. Da habe ich jetzt ein bisschen zu viel. Der kommt übrigens hier einfach nur in so einen Technik-Pin rein. Und sitzt eigentlich einigermaßen gut. Aber klar, wenn man da 50 Mal dran dreht, ist das auch kein Wunder, dass der irgendwann mal den Geist aufgibt. Aber generell bin ich durchaus von dem Predator angetan, der, wie gesagt, die Statur passt sehr, sehr gut. Das ist natürlich hier bei dem eine ganz andere Kiste. Aber der ist irgendwie süß. Das ist so ein Duzi-Predator. Nur so Duzi, Duzi, Duzi. Der tut ja nichts. Der will ja nur spielen. Bei dem muss man dann schon ein bisschen mehr Angst haben. Natürlich, wenn dem die Waffen oder die Arme runterfallen, ist da natürlich ein bisschen weniger Gefahr. Aber hier oben die Schulterkanone, na, das ist schon ordentlich was. Da muss man aufpassen, ne? Wissen wir ja. Ja, ist definitiv Special Interest, hatte ich schon gesagt. Werde ich auch beibleiben bei der Aussage. Aber trotzdem coole Duz, die wir hier stehen haben. Und ich bin mal gespannt, was ihr zu denen sagt. Welcher von den beiden gefällt euch besser? Warum, weshalb, wieso? Unten in die Kommentare. Und jetzt kriegt ihr natürlich, wie ihr es von mir gewohnt seid, ein kleines Roundup. Eine Pro- und Kontraliste für jeden von den beiden Predators. Und dann würde ich sagen, passt das schon für heute, oder? Was meint ihr? Ja, Freunde, da sind wir auch schon wieder. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin begeistert, obwohl ich natürlich jetzt auch mal so ein bisschen aus meiner rosa-roten Predator-Brille oder aus meiner Info, aus meiner Thermal-Brille rausgucken muss. Und zwar auch mal ein bisschen ganz objektiv auf dieses Set, oder auf diese Sets. Denn natürlich finde ich persönlich sie genial. Aber es gibt auch, und das gilt auch für mich, gibt es auch ein paar kleine Dinge, über die wir vielleicht sprechen müssen. Deswegen jetzt hier die Pros und Cons zu den beiden Predators. Fangen wir an mit dem Q-Bricks Predator, diesem kleinen Duzi-Duzi-Brickhead-Predator. Ich finde ihn einfach putzig. Ich finde ihn einfach cool. Natürlich ist er bar jeder Proportion, aber das ist natürlich immer so bei Brickheads. Deswegen können wir das schon mal außen vor lassen. Darüber hinaus finde ich, ist er wirklich eigentlich sehr gut gelungen. Das Farbschema stimmt. Die Maske finde ich eigentlich ganz cool. Die Dreadlocks sind gut angedeutet. Und auch generell die Waffen und so weiter und so fort. Das passt alles ziemlich gut, auch ins Verhältnis und so weiter. Also der Look an sich stimmt auf jeden Fall. Und das Ganze trotz eben der Reduktion, die wir halt in diesem Set in Kauf nehmen müssen, weil es halt eben im Brickheads-Format ist. Also insgesamt eine kompakte, coole Sache. Natürlich gibt es zwei, drei kleine Einschränkungen. Nein, es gibt eigentlich nur eine Einschränkung, wenn ich mal so recht überlege. Und das ist die Mundpartie des Predator-Helps. Ich gehe mal davon aus, also ich wüsste jetzt auch nicht wie, ich gehe davon aus, dass man es nicht anders hinbekommt. Generell finde ich diesen Helm wirklich gut gelungen. Die Augen sind auch witzig. Man kann auch andere Sticker draufkleben. Dann hat man noch andere Augen. Aber generell finde ich den eigentlich ganz cool. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Schlüsselloch. Also hier vorne dieses Mittelteil der Maske. Deswegen war ich so ein bisschen so, okay. Aber eigentlich ist es ganz cool. Ja, dann kommen wir zum großen Predator von Sluban. Und der sieht natürlich genauso wie auch der kleine cool aus. Er ist vom Farbschema richtig cool. Er hat die Sticker drauf, die diese Netzbekleidung des Predators darstellen. Und ja, er ist einfach richtig cool mit den Waffen und mit dem Speer. Und mit der, ja, naja gut, auch wieder nicht. Die Klinge ist eigentlich eher so ein Griff ins Klo, wenn man so will. Dazu aber gleich nochmal mehr. Aber generell muss ich sagen, er ist cool gebaut. Er hat coole Bautechniken. Und es macht einfach Spaß, ihn zu bauen. Auch wenn man an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen friebeln muss. Aber es ist ein Diorama-Set. Es ist ein Vitrinen-Set. Man stellt es sich hin und dann ist gut. Er ist halt ein bisschen instabil. Das ist leider so der Anfang des Übels sozusagen. Er ist ein bisschen instabil. Und hat auch in den Gelenken nicht die größte Haftkraft. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr habt es gesehen. Hui! Fängt auf einmal an, ein Gelenk sich zu drehen. Weil einfach das Gewicht, was da dran ist, was es stützen soll, einfach zu groß ist. Und dann, naja, sieht es nicht so schön aus. Die Maske hätte in meinen Augen etwas detaillierter sein können. Wir kennen natürlich die recht schlichte Maske. Und daran erlehnt sich es natürlich an. An den ersten Predator-Film von 1987. Mit good old Arnie. Arby Buck. Ach nee, das war ein anderer Film. Genau. Tutor Chopper! Das war der richtige Film. Genau. Aber ich finde, sie hätte ein bisschen mehr Details verdient gehabt. Generell hat das Set einfach auch irre viele Sticker. Wer das nicht mag, ist natürlich hier leider an der falschen Adresse. Schade finde ich es übrigens auch, dass die Kanone, die Schulterkanone, nicht so gut positionierbar ist. Wie zum Beispiel beim kleinen Predator. Da finde ich es wesentlich besser gelöst. Hier hat man, glaube ich, nur so eine wirkliche Position, in der es gut aussieht. Und dann war es das. Aber korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich habe es zumindest nicht anders hingekriegt. Ja, aber ich muss natürlich sagen, bei all dem, wir sind hier jammern auf hohem Niveau. Ja, Sluban hat nicht die besten Steine. Das wissen wir alle. Sluban, es gibt ja die sogenannte Sluban-Skala. Die Steine sind okay. Die Steine sind okay. Aber in diesem Set generell funktionieren sie bis auf die Haltbarkeit der Gelenke eigentlich sehr, sehr gut. Und das ist ja schon mal wichtig zu wissen. Generell kann ich zu beiden Sets einfach nur sagen, sie gefallen mir wirklich gut. Aber da bin ich natürlich auch ein bisschen vorgeprägt, weil ich diese Filme, das Franchise und dieses Monster einfach total liebe. Und dadurch, ja, ist man natürlich schon so ein bisschen voreingenommen. Aber ich hoffe, ich habe euch trotzdem einen halbwegs differenzierten Einblick geben können, wie ich dieses Set sehe, wie ich die beiden Predators sehe. Und jetzt bin ich natürlich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe vor einigen Monaten, vor einigen vielen, vielen Monden, Monden und Monaten schon das Set aus der Predator-Serie von Sluban mit dem Helikopter, wie gesagt, tut der Chopper, rausgebracht. Das performt erstaunlicherweise ziemlich gut. Aber da könnt ihr gerne, das verlinke ich euch oben auch nochmal, unten auch in der Videobeschreibung könnt ihr es nochmal finden. Ja, genau so heißt es. Und ja, damit, wie gesagt, bin ich sehr gespannt, was haltet ihr von den beiden? Kantet ihr die überhaupt? Die meisten von euch werden wahrscheinlich nur den großen überhaupt schon mal gesehen haben. Aber der ein oder andere vielleicht auch mal den kleinen. Es gibt da auch noch einen Alien von. Das habe ich bisher noch nicht meine Hände dran bekommen. Es war übrigens nicht ganz einfach, an den kleinen Predator zu kommen. Wenn ihr aber aus der Kubrick-Serie irgendwie die Möglichkeit habt, an das Alien zu kommen, schreibt mich bitte an. Schreibt mich bitte an, weil das möchte ich unbedingt auch noch haben, weil das fand ich echt extrem auch, also fand ich auch extrem cool. Ja, das nochmal dazu. Aber schreibt mir mal bitte eure Meinung unten in die Kommentare. Was haltet ihr generell vom Franchise? Wie findet ihr die Umsetzung hier an der Stelle? Natürlich hauptsächlich beim großen, aber auch ein bisschen beim kleinen Kubrick-Serie. Predator, was sagt ihr generell zu diesem Monster? Ja, und in diesem Sinne bin ich schon wieder am Ende des Videos angedankt. Ich danke sehr fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben dalassen. Wenn du noch auf meinem Kanal bist und nichts mehr verpassen willst, dann würde ich dir empfehlen, den Abo-Button zu drücken und die Glocke zu aktivieren. Denn dann wirst du mal informiert werden, was Neues von mir kommt und dann sehen wir uns im nächsten Video und darüber freue ich mich ganz außerordentlich. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einfach einen wunderschönen Tag. Baut was Schönes, lasst euch nicht zu sehr gruseln oder vielleicht doch. Ich meine, Halloween ist ja nicht mehr Ferne und baut vor allen Dingen was Schönes. Bleibt gesund, wir sehen uns. Und ich sage Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.